Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships. Ich bin Ben Oschi und das ist die New York. Ja, die New York auf Abwägen. So, wir wollen mal schauen, wie wir jetzt hier am besten fahren. Und jetzt merke ich gerade, dass ich hier genau das gleiche Soundproblem habe, wie bei... Ach Mensch, das ist ja nicht mehr normal. Die selben Soundprobleme habe ich nämlich auch bei Star Wars Battlefront. Ja, irgendwie es knackt und knistert immer. Es ist wirklich nicht mehr schön. Also... Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf Windows 10... Äh, ja... Mein System... ...abgegradet habe. Und irgendwas da jetzt mit den Treibern nicht mehr hinhaut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht mir das tierisch auf den Sack. Dazu kommt auch noch, dass ich jetzt auch noch eine leichte Erkältung habe. Ach, Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, wie man sieht... Also, ich weiß nicht. Meinen, Mann, 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 Mann. Also ich habe auch erst überlegt, ob nicht das Knacken jetzt daherkommt, dass vielleicht irgendwie mein Headset irgendwie eine Macke hat, aber das hat es nicht. So, warum, warum schwimmen die jetzt, warum schwimmen die jetzt hier nicht so? Ey, das war so klar. Wollen wir mal, wie viel hat denn der? Kann mir das mal jemand erklären hier? Ja. Ist nicht normal. Ist alles nicht mehr normal hier in dem Spiel. Na also. Lass ich dem hier erstmal ausweichen. Ah, komm, der trifft doch. Das war was, das wird das. Jawoll. 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 Ah, du Socke, du. Ja, genau. Ganz genau, ja. Oh, Schweigen gehabt, ey. Wegen so'n Hirsch, ey. Das ist wirklich... Zum Heulen sowas, ja. So. Oh. 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 Spannende Musik Zammau! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist doch alles nicht mehr schön hier. Was ist denn hier los? 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 Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier?